Zirkus Krone gastiert wieder in Berlin. Die Sensation ist perfekt. Erstmals seit fünf Jahren gastiert der berühmte Zirkus Krone wieder in der Hauptstadt. Am Brandenburger Tor gab es am Donnerstag schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Programm, das ab dem 17. September an der Heidestraße unweit des Hauptbahnhofes präsentiert wird. Täglich soll es zwei Vorstellungen geben, in denen Atemberaubendes präsentiert werden soll.